Der militärische Stützpunkt, der Endeffekt. Der militärische Stützpunkt, der Engler. Ich komm nochmal. Nein, ja dann komm nochmal, schnell. Hier haben wir das 6. Bataillon da, Amerikaner zurückgeschmissen. Mann, das geht doch nicht. Nochmal. Der militärische Stützpunkt in Rotterdam, der Engländer, der wurde von unseren U-87 B2 und U-88 A4 Bombern mit Stumpf und Stil in Grund und Boden gebombt. Ja, Sie lachen. Für Sie ist das sicherlich kein Packenstil. Der militärische Stützpunkt der Engländer in Rotterdam wurde von unseren U-87 B2 und U-88 A4 Bombern in Grund und Boden gebombt. Der Russe hat eine... Der Russe... Der Russe... Der Russe hat eine gewaltige Niederlage bei Frankfurt-Oder erlitten und leckt seine Wunden tief hinten in Polen. Und wir haben Sie geschlafen, Professor. Ich versuche es auch. Ich versuche es auch zu sehen. Ich versuche es auch zu sehen. Der Russe hat eine gewaltige Niederlage bei Frankfurt-Oder und der Russe hat eine gewaltige Niederlage bei Frankfurt-Oder Und da haben Sie einen großen Neuf Gebärdens